Herzlich Willkommen zum Daily Vlog. Aufgrund der speziellen Lage sind wir hier im Take-away. Und zwar der Sternentake-away in Kriegsschiff. Ich bin Tesla im Laden, Tesla X. Und wir haben das hier entdeckt wegen dieser Ladestation. Normalerweise würden wir gerne das Mitten essen, aber es ist ein bisschen zu gut. Das ist eine clevere Idee, die Tesla Supercharger aussen hängst. Ja klar, wir hätten das auch nie gefunden. Sonst würde ich nicht mehr drauf einfallen. Also danke für die Aufmerksamkeit. Das Take-away-Angebot war der Schnitzel hier. Mittwoche bis zum Samstag sind die Vörter angesagt. Und hier ist ein Fischlustel, das sehr gut läuft. Am Sonntag ist es Muttertag oder bist du durch das Muttertagsmenü? Ein ganzes Muttertagsmenü zum Mitnehmen für Take-away in Sternenqualität. Drei Gänge, ja. Drei Gänge. Also Muttertag, Herr Sternen, Take-away. Ich tue die Telefonnummer einblenden. Parat mit knusprigen Pommes, nicht versalzen und genau so muss Schnitzel sein. Und das gibt es jetzt eben im Take-away im Sternenkriegsschiff. Jetzt ist doch der Töpfelsalat der Frisch Salat. Nicht mit Mayonnaise, das ist ja echt wirklich gut. Hey 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 hey. Es kommt gerade wieder eine Bestellung rein, also er ist jetzt hier gerade am Panieren und zwar frisch paniert. Das ist jetzt die Abholstation am Fenster und hier wird es das ausgeben mit der Söseli fix fertig wie bestellt. Das ist natürlich super, du hast noch einen Sonnenschein und du bist noch ein wenig am Schärmen. Das ist jetzt der Abholschalter und Nicolaar gibt euch das, was ihr für das Take-away bestellt habt. Das ist natürlich super, schön am Fenster und dann hast du nachher ganz gut gemacht. Du hast vom Weihäuser und hast einen Schnitzel abgeholt zum Take-away. Genau, das ist gut. Also, danke vielmals. Super, merci, ade. Und eben Salat gibt es uns auch im Take-away, alles. Und vergesst nicht am Muttertag, gellet. Anrufen. Also, danke vielmals. Tschüss zusammen, merci. Dankeschön. .